Ähm. Habe ich die Aktionsleiste gelockt. Äh. Optionen. Oberfläche. Ah, hier kann ich verschieben. Okay. Also da kommen wir hier. Da ist eine Sackgasse mehr oder weniger. Da geht's lang. Da sind wir gerade rumgegangen. Haben da gegen jemanden gekämpft. Können da zurück. Ah. Unterweltbapp. Oh, die sehen nicht gerade freundlich aus. Ja, ich brauche dringend dann den nächsten Skill. �להce-better here. Ja, yeah. Ja, ja. 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 Na. La, ja. Das ist ent shave. Ja, wir sind mit dem Sm dough, die Al die thinner adviert das nicht mehr다고енных ist oder default? Oh, das wirdyss. Au! Na, ja. Damage-Steda weg. Wieder eine Sackgasse. Da lasst ihn ja den Dagegentrommen. Damit komme ich klar. Da sah jemand böse aus. Da ist einer weg, weil sie meinen Tank so oft gepiesackt haben. Mal sehen, ob wir den noch down kriegen. Sollten wir eigentlich... Gut. Was hat der getroppt? Schauberstab, der nichts bringt. Dann verteilen wir mal kurz Würstchen an die Gruppe. Einmal eine Rundumheilung an die Gruppe. Während wir darauf warten, dass auch das Essen abgeklungen ist. Naja, mit dem Essen brauchen wir nicht Geizen. Davon haben wir mehr als genug. Hätte auch einfach einmal ein Brot verteilen können an alle. Soll ich euch vielleicht was sagen? Ich verliere die Orientierung. Da ist eine Rampe hoch. Okay. Hier ist ein großer Raum. Okay, da ist der Weg zurück. Gut. Großer Raum. Secret. Danke. Oh, die haben mich entdeckt. Und da ist schon wieder mein Mage draufgegangen. Bei denen traut man sich mit der hinteren Reihe schon gar nichts mehr, irgendwas zu machen. So, jetzt benutze ich ein Schwarzbrot. Oh, ein übler Betrachter. Der Feuerbälle auf uns schmeißen kann, während wir nicht an ihn rankommen. Betrachter- Passtel. 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 So, dann lassen wir sie mal tanzen. Der Tanzverbrauch hat jede Menge Mann, ne? Wir sind hier immer noch nicht fertig. Da ist immer noch eine Gruppe Barbaren. Oh, weil das da noch ein abgesonderter Bereich ist. Okay. Hi. Dumm. Ah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, die kriegen wir aber gut noch down Die Hose ist nicht wirklich toll Na doch, für Talisa Irgendwie war es komisch, dass das Boot unten lag Okay Ah, hi Da hätte es gleich nochmal welche Wo auch immer die herkommen Barbarzerstörer sind das diesmal Was? 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 Die sind allerdings etwas harmloser Als die Unterwelt Barbarer Der Hanisch taugt nichts Möchtest du wissen, wer Jäger und wer Gejagte sind? Ha Sieht aus noch eine komische Nachricht aus Kampfmesser des Affen Das sollten wir mal aufheben Wenn das schon da drin war Okay, da macht was komische Tabs Geräusche Da kommen wir auch nicht Das ist ein Rückweg Teil Okay Ah Barbaren in einem leeren Raum Baba Anführer sind nicht So heftig jetzt Fast Not Man Dam O Man Man So, jetzt ist noch einer übrig Und der ist auch weg Okay, Barbaren in einem so gut wie leeren Raum Hier sind nämlich Tränke Eine Höllenmutter Die empfinde ich jetzt nicht wirklich als Bedrohung Ich nehme es zurück Ich nehme es zurück Oh, was sie ging eigentlich? Ähm Für wen jetzt Serikal? Ich würde sagen, Serikal Der hat nämlich mehr davon Ah, erwartierte Stiefel des Magiers Für Silaster Dann gehen die zu Serikal wahrscheinlich Ja Also ja, das hier sieht mal wieder nach der Schatzjagd aus Weil da oben wieder so ein Ding ist So ein Oblivion Stein Unter gewundenen Kluften wirf irgendwas unter die Sonne Dann finde er eine andere Sonne und leg mich darunter Ja, wie wir da hinkommen Das werden wir noch sehen Ich werde jetzt mal an die Stelle gehen, wo wir vorhin waren Bevor wir umgedreht haben Das Essen lasse ich mal pragmatischerweise hier drin Ach Ist nur wieder eine Höllenmutter Okay Aber ich würde sagen Bevor wir uns mit der anlegen Mache ich hier einen Cut Hier an dieser Stelle Spiel speichern Wir haben ja wieder etwas geschafft Das ist jetzt LP Nicht LS LP 011 Und dann sehen wir uns gleich wieder Ich bin jetzt mal wieder Ich bin jetzt mal wieder Ich bin jetzt mal wieder